Es gehört ein bisschen Übung dazu, die perfekte Zeit für und Temperatur für die Pommes zum Beispiel zu finden. 200 Grad sind definitiv zu viel. Da verbrennen sie außen und sind innen nicht durch. Am besten 3 Minuten vorheizen, 180 Grad und nach 10 Minuten schütteln und nochmal 10 bis 13 mindestens ein Satz ist super. Es fallen keine Pommes durch. Auch Tapas gehen klasse. Leider lösten sich die Zahlen der Zeit- und Temperaturangabe. Daher leider zurück. Sonst aber ein gutes Produkt. Tolle Heißluftfritteuse Wir haben bisher eine Heißluftfritteuse welche immer gleichmäßig rührt. Diese hat uns aber die Pommes immer wieder zerkleinert, genauso wie Kartoffelecken oder die Chicken Nuggets entblößt. Mit der Emerio muss man zwar alle 10 Minuten mal durchschütteln, aber das Ergebnis ist einfach klasse. Ob Chicken Nuggets, Pommes, Schnitzel, Kartoffelecken, Grillgemüse, Bratwurst oder sogar A. Man hat einfach die meisten Einsatzmöglichkeiten. Die Heißluftfritteuse macht einen super Job auch wenn nach nicht mal einem Jahr schon Spuren zu sehen sind, siehe Fotos. Wir benutzten die Fritteuse mindestens. Zwei in der Woche und die Pommes gelingen jedes Mal. Was vielleicht etwas stört ist, dass die Halter der Fläche innen nach nicht mal drei Monaten schon bröselten und beim Saubermachen dann spurlos verschwanden. Im Ganzen sind wir aber zufrieden und deswegen gibt es vier Sterne. Die Fritteuse ist mehr als nur gut. Leider muss ich mich aber hier um die Fersanverpackung auskotzen. Der Artikel wurde in der Originalverpackung verschickt. Dadurch wurden die Ecken des Kartons eingedrückt und leider auch am Gerät der Abstandshalter für das Kabel abgebrochen. Was könnte man hier machen außer zurückschicken? Ich teste beruflich viele Geräte da ich Küchengeräte entwickle. Dieses Produkt ist ihm dabei sehr positiv ausgefallen. Da der Preis auch echt gut ist dachte ich hier mal eine Kaufempfehlung aussprechen zu können. Die Umspülung der Pommes mit heißer, trockener Luft ist aufgrund der Bauart und dem starken Lüfter sehr gut. Da neben der heißen Luft auch Strahlungswärme auf die Pommes wirkt, muss ein bis zweimal der Garvorgang unterbrochen werden, um die Pommes umzuwälzen. Dann wird es auch gleichmäßig. Wer nicht umwälzen möchte, kann auf Tefal oder Caso A400 ausweichen. So entstehen echt gute, knusperige Pommes. Hier im Test 250 Gramm McCain Golden Longs, 200 Grad Celsius Betriebstemperatur, 0 Grad Celsius Starttemperatur der Pommes, 14 Minuten Garzeit. Das Gewicht der Pommes hat sich genau halbiert. Das heißt Wasser wurde effektiv aus der Pommes herausgeholt. Die Farbe passt dazu genau. Mein Preis-Leistungs-Sieger Ich bin eigentlich mit dem Produkt sehr zufrieden. Allerdings ging nach nicht mal einer Woche Gebrauch die Beschriftung am unteren Rädchen weg. Mittlerweile ist sie fast ganz verschwunden. Es wurden nie drüber gewischt oder ähnliches. Keine Ahnung warum das passiert, denn am oberen Rädchen ist alles perfekt. Das beste Produkt was man im Haushalt haben kann. Wird bei uns für alles benutzt. Auch zum Brötchen aufbacken. Werde definitiv eine zweite als Ersatz bestellen, falls diese irgendwann kaputt gehen sollte. Das Gerät entspricht was beschrieben wurde und ein guter Ersatz gegen das lästige Öl und ohne Öl wirklich gelingt alles im Gerät ob Pommes und so weiter. Wirklich super und bin sehr zufrieden damit. Sieht gut aus und hält, was versprochen wird. Der Garraum und das mitgelieferte Zubehör lassen sich sehr leicht reinigen. Ergänzend zu dem bestehenden Zubehör empfiehlt es sich, gleich eine Ergänzung SS-Eat mitzubestellen. Wir empfinden das Gerät als sehr leise und über die minimal austretenden Geruch angereicherten Dämpfe, lässt sich nicht einmal erahnen, welches Lebensmittel gerade zubereitet wird. Das Foto zeigt eine relativ große Hähnchenkeule mit Brustteil und darunter zwei mittelgroße selbst aufgespaltene Rohkartoffeln mit Tomatenbeilage. Bei 180 Grad und ca. 23 Minuten Betriebszeit sind die Lebensmittel durchgegart und knusprig verzehrfertig. Für gute Esser in einem Zwei-Personen-Haushalt ist der Garraum in der XL-Version wohl recht knapp und man sollte lieber auf eine Nummer größer zurückgreifen, oder vielleicht getrennte Essenwege gehen. Punkt Punkt Punkt. Wie auch immer, rundum für den Preis erstmal ein gutes Gerät. Ich habe diese Heißluft-Fritöse zum Geburtstag geschenkt bekommen und ich echt begeistert. Anfangs wollte ich dieses Gerät nur um TK-Pommes schneller zubereiten zu können. Aber abgesehen von den vielen TK-Produkten, Pommes, Kroketten, Kartoffeltaschen etc. Die echt super schnell und lecker zubereitet werden, mache ich daran die wohl weltbesten Bratkartoffeln Rezept Doppelpunkt 400 Gramm Kartoffeln, roh in Scheiben schneiden, 1 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Gewürzmischung oder einfach Paprika, Salz, Pfeffer dazugeben in einer Schale vermengen und für 16 Minuten bei Superpreis-Leistungsverhältnis Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. Klicken Sie auf den Augen nachzudenken. Möchtest du auch? Bis zum nächsten Mal.